Ja, Uhu hier wieder beim Koalion zu einer neuen Runde Waldos geht. Wir wollten hier Level-Ups machen, sobald Shadowheart ihren Level-Up hat. Aber ich habe was gelesen und dem möchte ich nachgehen. Und deswegen muss ich das Lager erstmal wieder verlassen. Und schauen, ob das überhaupt noch geht in unserem Play-Through. Und zwar gibt es eine Quest, die ich selbst noch nicht gespielt habe oder entdeckt habe. Die ist so ein bisschen hidden und die hat hier mit den Druiden zu tun. Und auch mit was, was wir in der letzten Folge hatten. Wir haben ja gesehen hier, was aus den Druiden jetzt geworden ist. Und, ähm... Ja, ich bin einfach mal gespannt. Ob das noch funktioniert überhaupt oder ob das jetzt in dem Status des Spiels hier, ob das gar nicht mehr funktioniert. Und zwar geht es da um Karga. Die hier jetzt auch jetzt abgesetzt ist. Also die Aushilfs-Druiden-Chefin. Die Halsin ja hier auch noch duldet. Yes. Und die hat noch eine Quest. Und vielleicht... ...ist das noch drin, die zu machen. Ich weiß es nicht. Dienstboten-Quartier. Hier ist nämlich ein Buch auf dem Tisch. Nicht für kommunal-Use, es scheint. Best show some respect. Or some more cunning. Hm, okay. Also da muss man schauen, dass wir uns hier irgendwie... ...ein bisschen separieren. Und den Typen mal ein bisschen ablenken. Ja, der guckt jetzt hier... Jetzt guckt er hier rüber. Na ja. Dekret des Ältestenrates, die größten leeren... ...und die rüber. Es ist klar, dass nicht alles, was du findest, ist an deiner Beziehung. Ja. Jetzt lass mich das doch eben lesen. Geh mal in einen rundenbasierten Modus vielleicht. So. I'd have seen no hurt. Leave no tricks. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Looking at her. I think it's high time you all left. Our sacred grove. So, er ist jetzt im Gespräch. Ich mach dir was an dem Rekord. Ich mach dir was an dem Rekord. Guck mal hier rüber zu. Ich mach dir was an dem Rekord. Ich mach dir was an dem Rekord. Ich mach mich. Nässt' ich mir vor. ...schau mal, jetzt geht er da rüber. Eheu,iantly lass das. Wew Ok, hier ist der Modus wieder ab. dont touch me. Radio not Kräfte in der natürlichen Ordnung zerstören müssen vernichtet werden, das Marktenklaven muss das Müden und Verwalten helfen. Die natürliche Ordnung muss unbedingt nicht wahr werden. Also... Im Prinzip... Sollen wir... Ähm... Diese druidischen Sachen, die hier so eigentlich stattgehen... Ähm... Nicht mehr so funktionieren, wie sie jetzt gerade hier in dem Row funktionieren. So, und dann findet man hier hinten... Und wir gehen ja mal hier mit Astarion alleine hier rum... Eine versteckte Kiste, die ich noch nie gesehen hatte vorher... Und zwar die gehört Kaga... Und... Gucken ob wir die... Ähm... Wir Schlossknacken können... Schwierigkeitsgrad 10 sollte kein Problem sein für Astarion... So... Dann schauen wir da rein... Und finden hier... Mehrere Sachen... Einmal im Onyx... Können wir auch einfach nehmen... So... Und dann... Hier... Lobgesang... Die Doktrinen des... Schattendruiden... Buruken ist von vielem Gebrauch... Ganz weich geworden... Die Ecken einer Seite sind nach innen umgeknickt... Also... Viel benutzt... Gleichgewicht ist ein Mythos... Also das, was der Druidenhain jetzt eigentlich lehrt... Und Hals hinauf... Wo sich ein Clan befindet... Hat die Natur zu kämpfen... Einheit ist Fiktion... Menschen aus Fleisch und Blut wollen nur Tiere zählen... Und die Flora zu stören... Wir sind der Donner... Wir sind der Regen... Wir vernichten die Menschheit... Und lassen an ihrer Stelle neues Leben entstehen... Das... Ding... Liest Kaga... Ja... Und dann haben wir hier noch eine Notiz... Die... Sich kreuzende Markierungen auf der Seite sehen nicht geschrieben... Sondern vielmehr geschlitzt aus... Kaga... Sumpfanleger... Baum... Trefft mich alleine... Olodan... Und... Wir haben eine... Quest... Bekommen... Und... Ich kann jetzt... Hier schauen... Mh... Wo haben wir die denn? Hier rettet die Flüchtlinge... Besiegen alle Goblins abgeschlossen... Blablabla... Rettet den ersten Doiden... Tieflinge sind dankbar für unsere Hilfe... Feier... Mh... Plündere den Smaragdheim... Ne... Haben wir nicht gemacht... Aber ne... Ihr wisst schon... Vielleicht ist es auch an dieser Stelle... Dass es nicht mehr funktioniert... Weil wir waren an dieser Stelle... Wo man diesen... Der Brief uns hinschickt... Da waren wir schon... Quietly... Und wir können ja trotzdem jetzt nochmal schauen... Ob das... Noch funktioniert... Was man landen soll... Also... Wir gehen mal... In den Sumpf zurück... Wie kommen wir am besten in den Sumpf... Ich glaube... Vom... Teehaus aus... So... Ne... Kommen hier noch Leute... Gendrell... Okay... Ist das der Typ... Ne... Der war irgendwas mit Ruhe... Da... Okay... So... Und... Vielleicht reden wir gleich einfach auch mal mit dem... Aber erstens wollte ich hier... Mal auf die Map gucken... Rotkappen... Blutfall... Okay... Die sind noch da... Die Rotkappen... Die haben wir eigentlich besiegen gehabt... Aber vielleicht... Naja... Okay... Ähm... Ist der Anleger... Oder hier... Wo wir diese... Monster... Diese Schlammmonster besiegt haben... Und da müssen wir hin... Und wir müssen mal irgendwie... Ähm... Eine Markierung setzen... Ah... Der ist jetzt mal noch hier... Am... Verstecken... Schna... 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 Laufen... Indem wir... Ich glaube das ist die falsche Richtung... Die werden laufen... Ja... Ja... Ne... Nicht so richtig... Der funktioniert schon... Warum läuft der denn jetzt schon wieder alleine? Und... Was ist das... Du Batzen... Vielleicht hier rum... Ah... Hier sind auch... Ah... Er ist alleine gelaufen... Weil er als einziger nicht erkannt worden ist... Ok... 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 Zu beenden... Zu beenden... Zu beenden... Lass mal den Gegner kommen... Ok... Ja... Kalach leben... Kalach ist jetzt natürlich auch echt... Naja... Nicht... Nicht richtig gut gerüstet... Er hat ja kaum Ausrüstung bekommen... Also fast gar keine Ausrüstung... So... Ähm... So, Konzentration von verloren, das heißt Kalach ist frei. Vielleicht kriegen wir aber jetzt auch durch den Kampf die XP zusammen für... Ähm... Shadowhards Aufstehen. So, hau dir mal mal hier. Und move. Ähm... Wo bin ich dran? Hm... Wer kam? Jetzt haben wir das erledigt. Ein bisschen Dolch. Schöno hat es immer noch nicht aufgeschrieben. So... Und wir müssen jetzt hier zu diesem... Rögen Ding. Ja, sind doch der berichtige Weg. Jetzt nach rechts. Hier so lang? Genau, hier sind wir. Über die Junk, glaube ich. Er... Ja. Einen. Ähm... So, hier hatten wir ja diese Mönchshandschuhe geholt, die angeblich ist jetzt hier, also das ist der Treffpunkt, an dem die sich treffen wollen, ist hier an dem Baum jetzt noch was anderes Verdrehte Ranken Oh, ein Holzspalt, den haben wir, Ries an Kaga So, gehen wir erstmal aus diesen Ranken hier raus Wenn ihr dann die Quest nochmal macht, dann müsst ihr natürlich gucken, dann muss ihr natürlich den Nachwarnschen noch, die wir ja schon besiegt So, und, Brief an Kaga Onodorn hat von eurem Fortschritt berichtet Ich bin froh, dass der Ritus der Dornen begonnen hat Ich werde bald von Mantelwald nach Baldus geht aufbrechen Solltet ihr weitere Hilfe von meinem Zirkel benötigen, solltet ihr jetzt fragen Sobald der Smarkheim abgeschieden ist, wird er zum Reich der Schattendruiden und ihr zu seiner ersten Druiden In Faldans Erinnerung Ganz wie den Rames Also, ein anderer Druiden Zirkel hat quasi mit Kaga diese Revision gegen Halcy angeordnet Und jetzt können wir sie mit diesem Wissen natürlich konfrontieren Und zurückreisen zum Smarkheim Und dann gibt es da auch wieder verschiedene Ausgangsmöglichkeiten für diese Quest Mal gucken, was wir für eine kriegen Ich fürchte, wir kriegen nicht die allerbeste, weil wir sind nicht so Ich weiß nicht, ob wir mit Halschen sogar darüber reden können Und was euch auch auffallen kann, wie man auf diese Quest kommen kann Weil die ist ja schon ziemlich versteckt Ähm Ist das Es Ratten gibt Hier in diesem Bereich Und man kann ja hier mit allen Tieren reden Also mit dem Ochsen da oben Der sowieso ein bisschen komisch ist Nur diese Ratten Reden einfach nicht mit einem Das würde ich merken Würde ich nicht mal So Das sind die können wir hier irgendwie sehen Die Ratten Irgendwo laufen hier dann drei Ratten oder so rum Die ganze Zeit Und Also bis jetzt funktioniert ja auch hier alles Wir müssen mal gucken Peace Enjoy it while it lasts Okay und ab dieser Stelle Ähm Kann man das nicht mehr machen Anscheinend Ähm Normalerweise redet sie mit einem da drüber Aber da wir sie ja jetzt irgendwie durch diese Das sagt man mit Halshin schon Ähm Äh Als Gesprächspartnerin verloren haben Die Ratten sind auch nicht mehr da Anscheinend Also muss man das wahrscheinlich machen Bevor man Halshin rettet Ich wusste Bescheid Dann können wir noch mit Halshin drüber reden Ähm Mit der Liederschaft dead No attack will be mounted on the grove I am in your debt my friend Ähm Soon First I must set matters to rights in the grove And you should celebrate your victory After being dormant for so long Your infection is unlikely to produce new symptoms spontaneously Tomorrow morning Tomorrow morning We shall discuss what is to come Hmmm Ja. Ja, hier nochmal mit so einem kleinen Vogel reden. Ja, also was kriegt man dadurch, dass man das ganze macht? Ja, man weiß jetzt halt warum Karga das alles hier so gemacht hat, wie sie das gemacht hat. Und man kann dadurch einen speziellen Druidenstab bekommen. Ich glaube, also ich habe gelesen, dass man einen Druiden spielt, kriegt man den. Wenn man Karga dann davon überzeugt, sich gegen die Schattendruiden zu stellen im Gespräch. Also es gibt dann die Möglichkeit, entweder sie greift uns mit denen zusammen an. Und halt mit den anderen Druiden, die hier sowieso auf ihrer Seite sind. Da sind ja ein paar. Und dann gibt es da so einen Kampf. Oder man überzeugt sie im Gespräch, dass diese Sache, die sie da gemacht hat, scheiße war. Und dann ist da auch der Kampf, aber dann kämpft man nur gegen die Schattendruiden. Das sind nämlich dann die Ratten, die sich verwandelt hatten. Und man kriegt neben dem Stab, wenn man diese Antwortmöglichkeit hat, noch irgendwas. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr was. Auswendig zumindest nicht. Also man kriegt, ähm, Loot, guten Loot und ähm, gute Items. Also es sind Druiden zumindest. Besondere Items. So und anscheinend dadurch, dass wir dieses, ähm, diese Quester jetzt irgendwie hatten, die jetzt ja schon abgeschlossen ist, mehr oder weniger, können wir dann mit Zephlo auch noch mal reden. Und vielleicht gibt er uns auch noch mal was. Wenn dazu... Er ist nämlich auch irgendwie involviert in diese Sache. Er ist also faszinend nicht aktiv. Ja komm, gehen wir auch unbedingt mal. Ja komm, gehen wir auch unbedingt mal. Also nachdem man die Kaga-Quest dann, ähm, fertig hat, dann kann man von dem Zephlo auch noch mal was kriegen. So und die sind jetzt hier irgendwie eine Popale happy und es gibt eine Fete. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they toast for saving so many lives. And... Now that I'm here... I hate it. This is awful. Enjoy myself. There's a worm in my brain. I'm surrounded by idiots and... All I've got to drink is wine that tastes like vinegar. It's a heavy, rich red. Dry and sharp. See what I mean? Awful. All I want is a little fun. Is that so much to ask? By the hells. Sex, my dear. A night of passion. Not with you. Just to be clear. I mean... Can you imagine? No. Anyway, don't let me keep you. I'm sure you have someone else to sniff around. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without. But even so. No. Thank you. You came through for us. That's a change from most adults I know. I'm not. I'm glad they can celebrate before we've even got to the gate. Just like I'll be glad to be rid of them once we're there. That's... Something like... Goblins swarmed. But we were brave. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Hmm. In truth, I rarely imbibe. The stuff goes right to my head. Before you know it, I'd be breaking into song or declaring love to the first person I laid eyes on. Hmm. Then you have never heard me singing. Which makes you very fortunate. Go on. Enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Will is irgendwie nicht da. Yeah. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. Ah, yeah. But I need an angle. Any ideas? Gnomen. Gnomen. Schlager sein. Was ist mit Gondolenknochen, die ich mit bloßen Händen rausgerissen habe? Jawohl. Ooh. That's very... Visceral. I might tone it down a touch. But I'll keep the intent. Tone it down. Wow. 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 Here, Gey, geht's dir gut. Alles klar mit dir. Beautiful night, don't you think? Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of the celestial canvas. Hmm. It's a view I would once have shared with my companion. Though definitely unaccompanied by such revelry. Yeah. She preferred it when we were alone. Curled up before a crackling hearth with some ancient esoteric tome between us. Yeah. Ink. Glinting in the firelight. Uh. So missed jemand. Just. Right. By a Gerorn's lost nose. No! I speak of Tara. My Tressim. Assistant. My constant companion through all the ills and tribulations my hubris has threatened. Trust upon me. She'd be most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even. And I've given her little to be proud of recently. After I was afflicted with my condition. I locked myself in my tower for an entire year. It was inconsolable. Wallowing in my self-inflicted tragedy. I gave enough of myself. But Tara never did. I think it was her encouragement. Her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. After so long being cared for by someone else. It feels good to have repaid the favour. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve. Smart does her a disservice. She's a fine wizard in her own right. Though, somewhat held back by her lack of opposable thumbs. Remind me of her somewhat. There's a steeliness in you. An unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. I wish you were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends, instead of hanging onto mistress' coattails. So that's what I'm doing. I hope. Hmm. And when she mich nicht mag. She'll love you. So long as you don't rub her belly. She hates it when anyone does that. Nah. Shut up. Not an animal lover. Nobody's perfect, I suppose. Nonetheless, your finer qualities are remarkably plentiful. Suffice it to say, I think rather a lot of you. And there aren't many on this plane who I'd give such high praise. Hmm. One doesn't become the most powerful archmage in Waterdeep and lover to the goddess of magic herself by having low standards. I assure you, when I tell someone they're wonderful. I mean it. And you are wonderful. Hmm. 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 Ah. Wine is to wit, as meat is to... To... Ugh. Can't bloody remember it. There I go then. Proving your point. Perhaps we'd better leave it at that. Why an eloquent tongue isn't worthy of your ear at present. Go. Indulge in the frivolities. They're good for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoying yourself. the floor. Haaa... ... Oh, yes, er... uh... I'm good. A real girl. Ah... Hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. Ahhh... It's really up. Really? Ich bin honnend. In Wahrheit, ich fühle mich nicht in eine festive mood. Und ich wollte nicht ein Schroer über die Nacht. Ich bin ein Devil. Ich liebe die Leute aus der Groove, aber ich sie entdeckte tief in der Nähe. Als ich sie entdeckte alle heute. Du hast nicht ein Devil in deinem Party. Klauze wird die Ballon, du siehst. Und die Klauze sind nicht so gut als die Ecke. mit diesem Blastet-Fork-Tongue. Ich werde dir alles gut. Ich sehe dich, dass ich mich mehr als du wissen kannst. Aber mit dir. Das ist dein Tag. Habt ihr ein Dampf. Enjoy die Musik. Ja, ja, können Sie auch aus dem Storch was zu sagen? Wahrscheinlich ist das nicht gut. Trink ein bisschen Wein, geh in deiner Blutlache, da wäre ich mir noch nicht so sicher. Ja, das ist gut. Fade spins along, as it should. Dost thou require a new ally, or mayhaps a resurrection instead? Ähm, nein. Schau auf sie alle. Gussling Poison, like we've the right to be happy. Gussling Poison, like we've got a new ally. Gussling Poison, like we've got a new ally. Gussling Poison, like we've got a new ally. So, ok. Ja den haben wir gerade schon gesehen, oder zwei. Ist der denn hier unten? Sie sehen, diese Ort. Alle diese Leute, glücklich, wegen uns. Es ist schön, wo es noch gut möglich ist. Und mit guten Potations, auch. Nicht so viel. Sie spenden die ganze Zeit evitieren die Wälder und Schemes. Plus, die Leute einfach so angenehm als die Nacht wird. Ich versuchte, dass ich Freunde zu machen. Ich lerne meine Lehre schnell. Es ist besser, dass du dich selbst in der Hölle hältst. Ich liebe dich auch. Ein viel. Ich bin sicher, dass du das jetzt wissen. Oh, Gott. Du weißt, ich will das mehr als alles. Ich werde dich finden, wenn die anderen ins Bett gehen. Warte auf mich, okay? Ich bin sicher. Ja. Ja. Sweet. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich einen Grund mehr, dich nicht mitzunehmen. Jetzt bin ich nicht in Gefahr. Wo ist mein Chattelhack hier? Hallo. Ja. 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 Charae. Okay. Dann noch mal mit eingefrochen, ne? Das haben wir noch mal ins Bett. Heya soldier, I think everyone's asleep, may I? Hello you, I've been waiting for this all night, isn't it mad how good life is? Come, we're going to do this all, we're going to do this all, I'm afraid I was the only one, ten years is a long time to be trapped in the hells, ten years without a kind word, a touch, but when I look at you, I feel real again, alive. Guards, I want to ride you till you see stars. Yeah. Mmmmm. Mmmmm. Hmmmm. Guess not. I just feel what I feel. No sense hiding it. I'm sorry. I shouldn't tease you, or myself. I'd give anything to touch you, but I can't. Not until I can be sure I won't burn you. Hmmmm. Hmmmm. Yeah, that could be a problem. Yeah, it burns the whole time, right? Yeah, 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 yeah. I'll turn you to charcoal. Guaranteed. Hmmmm. Around you? It's all order. But if you've got an idea, I'm all ears. You can't read a book. Ha! Haha! Genau. Ne. Ähm. Magie? Ah. Kann ich... Kenn ich Magie? Nein. Mmm. Mhm. Ja. Talking. Mhm. 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 Tiefe Atemzüge ein und aus. Mhm. Man könnte ja irgendwie... äh, weiß ich nicht. Ähm. Man ist irgendwie nicht so... äh... Was würde der Gnomen Baba sagen? Also das Buch ist raus. Nein. Buch ist raus. Ähm. Ein- und Ausatmen. Oozah. In and out, you say. I'd never considered that. But I think I know what you mean. I'll give it a go. Hm. I'm terrible at this. What should we do now? Hm. Das muss ja irgendwie was haben. Warte mal. Hm, okay. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. We get a cure, and the chance to hit these arseholes where they live. Sounds good. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Hm. 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 Kräfte der Absoluten können die Gegend ertragen? Willst du eine andere Heilung geben? Seid ihr sicher, dass ich eine Heilung geben? Hm. Schau dir gut. Hm. 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 Yell, give me a hint. Hm. Hm. den verborgenen Eingang schon gefunden der Heim Ah gut, ja. Das ist irgendwie blöd, deswegen müssen wir das jetzt mal sagen können. Sie will restore simplicity and purity to the grove in my absence. Resentment will spring up like mushrooms no matter what I do. You cannot please everyone and you'd be a fool to try. Now, we've quite the journey ahead. Best get started. Ja, und jetzt haben wir auch Shadowheart aufgelevelt und dann können wir beim nächsten Mal wirklich eine Level-Abfolge machen. Und, äh, ja. Bis zu dann. Danke fürs Zukommen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.